Ja, ich will steckend in die Zombies ein, wollen die mich verarschen? Hallo? Ja, Kuh ist es. Ich glaube, ich werde da bestimmt gleich abstürzen. Ich glaube, ich werde da bestimmt gleich abstürzen. Ich glaube, ich werde da bestimmt gleich abstürzen. Komm, probier es. Ich bin ja gerade am... Ich verfolge ein Kriegstoff. Da, da ist noch ein Kriegstoff. Ich bin froh, dass du oben bleibst. Vielleicht hören wir dich ja. Cool, ich fliege. Ich habe keine Ahnung, wie man so ein Ding fliegt, Alter. Ist man nicht geflogen? Ne. Oh oh. Ja, genau das denke ich mir auch. Halt aber deine Maus ganz ruhig halten. Ach so, ja. Denk mal, mit der Maus machst du die Neigung, denke ich. So ein Heavy. Wo? Wo? Echt? Immer lauter. Ich fliege weiter. Ich glaube aber, dass ich da nicht landen kann. Waaah, Zombie! Hörst du den Hubi? Äh, den Eli? Ja, ich höre ihn. Echt? Ja, ich höre ihn. Aber ich sehe ihn. Und solange ich näher komme, ist okay. Da! Da ist einer! Da ist einer! Wo? Was? Zombie? Äh, Heli? Heli! Der fliegt über den Häusern. Bist du das? Über Häusern? Ne, Felsen. Felsen. Ja, über Felsen bin ich. Bist du das? Ich habe Zombie daran. Der fliegt ganz komisch. Der fliegt mit der Nase nach oben. Kriege ich denn die Scheiße jetzt wieder runter? Die fliegt mit der Nase nach oben? Ja, du sollst ja herkommen. Ich will dich jetzt irgendwie einladen. Mal gucken, wie das geht. Ach, da ist er ja! Das sieht aus! Crazy, geh lieber weg! Geh weit weg! Ach so, fliegt man nach vorne? Ja, du musst die Nase nach unten machen und dann nach vorne passen. Warte! Du musst dann mit Mausrad einsteigen, ne? Hahaha! Guck mal! Guck mal, ich kriege die ab! Komm, du musst auch landen! Ich lande doch! Bin doch gelandet! Guck mal, was ich sag! Ich lass mich nicht stärker, weil ich hab die Zombies am Arsch, ne? Du musst dann bloß schnelles Mausrad bewegen und dann steigst du ein! Mausrad bewegen! Was macht der denn? Bist drin? Jo! Komm, gib Gas! Cool! Wie gesagt, ich bin kein Profi-Flieger! Oh mein Gott! Ja, du musst halt nur die Nase ein bisschen nach vorne machen und dann... Jaja, so! So ein bisschen nach vorne! Ja, so ein bisschen nach vorne! Ja, so ein bisschen nach vorne! Dann musst du eigentlich nur den Schub erhöhen! Das Problem ist, wir haben bald keinen Benzin mehr! Ja, ja! Ja, genau! Achso! Bäh! Bäh! Sieht mal cool aus! Ey, ich bin erst mal Hidi gefahren! Jetzt müssen wir uns irgendwo Benzin-Kanister holen und äh... Das Ding auffüllen halt! Weil ich glaub, wir stürzen gleich ab! Mach keinen Mist! Mach keinen Mist! Mach keinen Müller! Hör euch! Echt? Wo bist du? Stehst du ganz leise? Es kann sein, dass er von mir wegfliegt! Aber ich hör's! Siehst du... Siehst du ein Wald? Im großen? Lol, ich bin die ganze Zeit in einem großen Wald! Dann ist er wahrscheinlich hier rechts in dem Wald! Kann das sein? Ist er in dem Wald drinne? Ja, ja! Nun, das will hier rechts in dem Wald sein! Schau mal raus aus dem Wald! Wir fliegen sind wieder auf den Vilskuchen! Ich muss mir eh ne Lüstung suchen, sonst könnt ihr gar nicht... ...landen! Oho! 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 Jetzt muss ich nicht mehr klappen werden! Oho! 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 Jetzt tot! Oho! 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 Wir hatten keinen Benzen mehr! Und wir waren auch zu weit oben, dass wir's überlebt sind! Oho! Oho! Aber es war doch mal geil! Endlich auch mal ein Hubschrauber geflogen! Ach man ey! Ich hab euch schon gehört und dann hab ich's nur noch krachen hören! Auf wenigstens so mobil da! Ich hätt auch mal landen können, ne? Leuchten! Wir waren zu weit oben, sonst hätten wir's überlebt, ne? Wer hat's in die Luft geflogen? Scheiß doch drauf! Scheiß doch drauf! Ey, aber das war cool jetzt! Ja, also... Ja, die anderen, die haben bestimmt schon öfters... Aber wir sind jetzt grad... Boah, es regnet! Die sind zum ersten Mal Heli geflogen! Ich bin jetzt in Kameni schon wieder! Ey, da bin ich auch! Echt? Ich bin in Kameni! Okay, wo? Genau, da! Bist du in einem Wald? In einer Lichtung? Siehst du Häuser? Ich bin in einer Lichtung und sehe zwei Felsen! Ähm... Sind wahrscheinlich die zwei? Drei Felsen! Ja... Ja... Großen... In Mittleren und in Klee! Ja... Wahrscheinlich! Äh... Äh... Ganz großen... Dicken! Ja... Ich seh'n ganz großen Dicken! Ja... Siehst du Häuser oder was? Ja! Ich seh'n Zombie! Da bist du vielleicht hier beim Dings? Hier ist auch ein Hochsitz! Ach cool! Guck mal hier vorne ist unser Hubschrauber! Äh... Siehst du den Rauch der in die Luft steigt? Ja! Na dann laufen wir dort hin! Ja richtig? Das ist ja irgendwo in der Nähe! Ich hab's grad gesucht aber ich seh's nicht! Besuch einfach mal den Rauch! Ich hab gedacht ich lauf in die Richtung! Du einmal den Rauch! Ich bin jetzt aus dem Wald raus! Siehst du den Rauch? Ich sehe aus dem Farm und so! Und ein paar Gebäude weiter hinten! Einfach mal Richtung Rauch laufen! Da hab ich eigentlich keinen Rucksack! Ich kann mir sogar mal richtig vorstellen das ist... Geht den Rauch weiter nicht! Ich glaub das ist unsere Absturzstelle denke ich mal! Hier ist aber noch was verpackt! Ich hab nämlich keinen Rucksack! Ich hab auch keinen Rucksack! Komisch ne? Eben hatte ich nen Rucksack! Ich hab ihn! Ne die Charaktere sind hier sehr komisch! Random gemacht! Ich hab vorhin lange Haare gehabt! Siehst du auch ne gelbe Kirche? Na ja nicht! Die was brennt! Die Feuer! Der Wald brennt! Haha! Ich hab Blut! Zwei Äxte! Eine Endfield! Das ist der Wald der Brennt! Oh bring meine Axt mit! Wer will denn? Hä? Unkel der Rauch ist jetzt weg! Einen Rucksack Quatsch! Der Rauch geht weg! So! Lauf immer weiter zu dem Rauch! Bleib vor dem Wald stehen! Wo der Rauch rauskommt! Muss doch hier irgendwo jetzt sein! Da weißt von welcher Seite du kommst! Weil der Rauch kam nämlich aus dem Wald! Ja! Da hab ich herangesucht! Da hab ich gegen der Wald brennt! Und auf einmal hat der Wald aufgehört zu brennen! Weißet ihr! Die Endfield ist leer! Im Häusergebäude siehst du überhaupt nicht! Hä? Doch ich seh dich! Da drüben bist du! Lauf mal nach rechts! Nach rechts? Ja! Guck mal hier! Ja! Noch ein bisschen nach links! Du läufst jetzt von mir weg! Ich dich nicht sehen! Guck guck! Du musst mich doch sehen! Da hinten! Hier so bestimmt auch unsere Heli Absturzstelle! Komm da gucken wir mal! Ja! Hier ist unser Heli! Wir sind doch gar nicht im Wald abgestürzt! Klar! Wir sind auf die Bäume geknallt! Guck da sind wir! Unser schöner Heli! Jetzt haben wir auch noch eine Heli Absturzstelle selber gemacht! Hahaha! Wir haben hier Bäume umgerissen! Hahaha! Müssten doch eigentlich auch hier irgendwo rumliegen oder? Oh! Zombies! Wo? Hör ich Zombies? Ach hier! Guck mal! Wer sind das? Ach da lieg ich! Sehe nix! Wo liegst du? Hahaha! Wir liegen beide nebeneinander! Geil! Ja! Viel gibt's da nicht zu holen! Außer die Penkerlos! Ja! Ja! Da ist Alpha! Hahaha! Da ist Alpha! Hahaha! Sorry! Ich habe einen Bug! Warum hast du einen Bug? Ich kann nix aufnehmen! Da drüben das Formgebäude! Da ist ein extra drin! Ich kann mal versuchen ob ich die Taschenlampe aufnehmen kann! Aber geht nicht! Die haste doch schon! Deswegen gehts nicht! Ja! Aber die Makarov kann ich auch nicht aufnehmen! Weil die haste schon! Die habe ich auch schon nicht verhängt! Deswegen ist kein Bug! Das ist... Jeder hat die Spieleanwendung! Na dann los! Jetzt haben wir uns alle gefunden! Durch die... Siehste hätten wir mal... Oh man hat denn so diese coolen Mützen auf ey! Ja! Weil die cool sind! Aber da sind noch keine Rucksäcke! Na dann mal los! Gehen wir mal hier in die Farmgebäude oder so! Hier unten hast du wohl gefunden! Ach ne hier unten! Ich hab bis jetzt noch keinen... Ja hier ist ein extra drinne! Ich hab bis jetzt noch keinen Loot gefunden! Das sind da noch zwei Stück drinne! Zwei extra! Da ist aber ein Zombie drinne gewesen! Hm! Haben zwar keinen Loot gefunden! Dafür nen Helikopter und haben Bäume umgehauen! Genau! Und haben... Haben ne Markierung gesetzt wo wir uns wiederfinden! Haben ne eigene Heli-Abstützstelle gesetzt! Axt! 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 Hier ist Holz! Wenn das Holz ist... Hier dritte ist Hax! Achso! Hä? Axt! Bist du hier drin schon? Bin drin! Ich bin der der gegenüber ist! Hier guck hier unten liegt... Da hinten ist ein Dorf! Da wollte ich gerade hin! Hier guck hier unten liegt ein Zombie rum! Guck her! Komm her! Habe ich schon... Hab ich vorhin schon gesehen! Guck mal her! Habe ich... Äh... Äh... Du siehst du ja auch auf den, wenn der da liegt! Der hat doch gar nichts gemacht! Jetzt ist er tot! Bist auch nicht! War mir nicht okay! Gehen wir mal zu den... War gerade so verlockend! Ja und ich bin ja... Ich hab den Hubschrauber auf jeden Fall von... Von... Von einem... Ziemlich großen Flugfeld! Und der liegt... Der... Der liegt in der Richtung hier... Äh... Das Flugfeld liegt dann da links... Vielleicht ist da noch einer da! Vielleicht ist da auch einer! astern und respawned... Kann ja sein, dass die respawnen... Na ja... An 왜�se XD Ja das Lustige finde ich! Das ich das einfach... Das da jetzt... Äh... Das einfach halt rumstehen! Ziemlich leer! Was doado ist noch... Die해서 mal! Ww Nikkiumor! We Also hier ist nix drin! Geht's nicht rein? Nein! Nein! K21 ist eh zu! Und das ist hier immer toll! da ist eine Stadt wir sind ja hier rüber geflogen glaube ich die mich jetzt recht entsinnen kann bist du eigentlich vor uns auch einfach Richtung Rauch gelaufen oder ich na wer ist du nur der der Frau ich hab den Rauch gar nicht gesehen okay da muss nicht mehr ey da steht eine Vogelscheiße ja und mir rennt gerade ein Zombie in der Jahr schön die bewegen sich so scheiße kannst du ja so gar nicht treffen weil die so kacke bewegen laufen du scheiße laufen ja rechts mal links so komisch gestört irgendwie boah boah mach lieber mal den Zombie kalt Alter wenn die Treppenwürde wäre das einfacher da komm schon wieder der nächste scheiße ach ich hab doch ne Axt ich voll idiot schieße schieße noch gar nicht da ist er jetzt kommen noch zwei scheiße ach bleib doch oh ja jetzt ist der durch mir durchgebackt genau das meine ich warum kann ich denn die Axt nicht benutzen ach jetzt ich will mich erstmal nachladen Moment ey blöder Zombie bleib doch mal schweb so hörse Muni leer kann ich mehr nachsachen warte komm her ich hab ne Axt warte ich verbinde mich ich verbinde mich ich verbinde mich bist du das ja 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 ok ich lauf euch um euch rum ok noch ein Versuch haha ich würde sagen wir machen hier übers Feld mal so und das mit dem hohen Gras hier mit dem Feld ist echt genial ich finde das geil das ist glaube ich Raps oder mhm das stinkt riechst du denn das ob das stinkt weißt du denn wie Raps riecht es stinkt übelst ja wo weißt du denn da hast du was Geruchs ne ich weiß aber wie Raps stinkt ich hab kein Raps bei mir drüben das Haus kann rein doch irgendwie hier werden doch schon da siehst du auf mich kommt er zu ich hab ja nicht gemacht Alpha Pool 10 und ich krieg einer als Ansatz komm rein mach ja ich bin ja ausgewichen ist da was drin ne schauf boah oh oh ich ja das ist scheiße die Zombies bewegen sich so kacke jetzt hab ich ihn guck mal hier und da ne doch nicht noch nicht dicht hier ne bei Selle kannst du diese Garage aufmachen diese Garage verwischen Kürpisse 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 Hülder's Flugfeld Joah weißt du wie was die weh das weg war ich bin ja ganzes stück Flug Jaa sobald sind wir jetzt ohne hier jaa Muddy Das Problem, was ich habe, ihr könnt euch verteidigen. Ich arme Sau nicht. Ich bin wieder... Was mache ich denn? Wieder Arsch. So, da ist Tür zu. Wir sind wieder ein Zombie. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Guck mal, ein Stadteingang. Oder? Mödo. Hä? Wo wir gerade herkamen, gucken wir da hin. Da hat sich gerade ein Zombie eine Waffe umgeschneidt. What the fuck? Wo seid ihr denn hier hingerannt? Warte hier gar nicht drückt. Kommt die denn auf einmal her? Haben wir die jetzt alle angeloggt oder was? Mist. Hier gibt es gar keinen Eingang. Na so, Bronkel, da wo du rumkaufst, da hängen Zombies rum. Genau der. Und er haut einmal zu. Wo seid ihr denn? Wir sind hier ganz hinten. Letztes Haus, linke Seite. Hä? crazy hast du hier nen Eingang gesehen? Haha. Haben hier ein Haus hingebaut oder eingegang da. Deswegen steht es wahrscheinlich leer, weil ich selber nicht wissen wie sie da reingefüren. Die haben das Haus sich gebaut und haben keinen Eingang gebaut. Aber die haben das eingezeugt. Ja, aber da gibt es keinen Eingang in den Zaun. Das ist Schutzgebiet. Aber Verührungszonen, dass kein Zombie reinkommt. Ich bin hier schon drumherum gelaufen, also da ist nix. Aber ich hätte gerne noch mal was zu trinken oder sowas. Rein theoretisch wäre es jetzt logisch, einen Seitenschneider und einen Zaun einschneiden. Wo seid ihr? Ach, da kommt er wieder. Ich lauf nochmal rum. Da ist ja irgendwo ein Loch am Zaun, ne weiss. Aber irgendwie haben sie es vergessen. Das muss noch bearbeitet werden. Oder das ist einfach so gedacht, das ist Evakuierungszonen. Muss über den Zaun springen. Äh, was ist denn? Äh, ich habe euch eben noch gesehen. Das ist so ein Blitzschiff, ey. Das ist so ein Blitzschiff. Ja, nee, das ist das Gras. Das Gras. Das ist doch so zu viel rohren von dem Gras. Nein, nicht das Gras. Das rauche ich sowieso nicht. Also wir müssen auf jeden Fall in die Richtung und da kam dann irgendwo das Flugfeld. Wie gesagt, ich bin schon ein ganzes Stück geflogen. Unverfressen, oder was? Nein, ich bin ja bis zu dir geflogen. Ich habe dich eingeladen und dann... Ja, das war aber da in der Stadt. Und dann sind wir hier rüber geflogen praktisch. Naja, also müssen wir in die Richtung weiter, weil ich bin bloß gerade ausgeflogen. Rechts und links war ja nicht so dein Fall. Das habe ich ja erst herausgefunden, wie das geht, wo ich bei dir war. Ja. 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 Ja.